Max, es geht ja heute um Kannibalismus, so richtig für mich der Endgegner in Sachen Mord. Hast du mal jemanden getroffen, der Kannibale ist, habe ich mich gefragt? Habe ich. Das muss doch irre anders nochmal sein, oder? Der Mann hieß Leberschorsch, war sein Spitzname. Okay, das ist wirklich ekelhaft. Ja, weil angeblich hat er die Leber, bevorzugt die Leber seines Partners zubereitet. Keine Ahnung, warum man gerade die Leber essen will. Krass, irgendwie jemandem zu begegnen, der, also für mich ist der Story wirklich einfach nur total krank. Ich habe eine super lustige Geschichte. Ich war bei einem Besuchsraum, also wir sitzen im Besuchsraum und damals hatte ich gerade eine Freundin. Das war die Freundin von Vorhaft, die kam wieder aus der Versenkung und irgendwie waren wir mal ein Jahr zusammen, dann in der Zeit hat sie mich besucht. Und wir sitzen im Besuchsraum und der Leberschorsch hat auch Besuch. Und wir reden so und ich so, schau mal Schatz, der da drüben ist übrigens der Leberschorsch. Und sie, warum? Und ich so, naja, was glaubst du, warum der so heißt, Mann? Der hat die Leber halt seines Ex-Freunds gegessen. Ex-Freund, sag ich jetzt mal einfach. Ich glaube, die waren danach getrennt. Und sie so, sie schaut so rüber. Ha, das sieht man. Und ich so, wie, das sieht man? Die Lippen. Und ich schau so, aha, okay. Ey, du weißt schon, dass ich dich jetzt verarscht hab, ne? Das ist eigentlich hier wegen Steuerhinterziehung. Und sie so, oh, jetzt hör auf, warum? Und dann immer guckt sie immer so zu ihm rüber und so, nee, sag mal ehrlich. Und ich so, na, Steuerhinterziehung. Und sie so, oh ja, okay, okay. Und dann irgendwie so, am Ende des Besuchs, ich so, ey, und übrigens, der Leberschorsch ist halt ein Kannibale, ne? Und sie so, oh, ich wusste, die Lippen. Also anscheinend erkennt man Kannibalen am Mund. Stimmt natürlich nicht. Aber, also, wenn man's weiß, ne, dann denkt man, ja, das passt schon irgendwie zu ihm so. Und er hat noch den Spitzname, dann denkt man, ja, kann ich mir vorstellen. Aber sag mal, in der Hierarchie, du hast ja schon gesagt, dass gerade Sex und Ausstraft die da ziemlich weit unten sind, ist ein Kannibale da drüber oder da drunter? Das kommt drauf an, wie verrückt der Kannibale ist, irgendwie so. Aber dann ist er so ein bisschen außerhalb der Hierarchie. Also ich hatte keine Angst für ihn, der war jetzt 60 groß oder was und jetzt nicht irgendwie, der war immer super freundlich und dann hat er immer, die Gangster, die halt ein bisschen lauter sind oder so, dann immer so, ey, Leberschorsch, wie schmeckt's? Mahlzeit, ne? Und so haben dann irgendwie so. Und dann hat er halt immer so irgendwie so gequält, so ja, so gegrüßt oder so, weißt du? Also es war ihm selber irgendwie. Unangenehm. Ja, er war jetzt nicht so. Aber manchmal hat er dann auch so lustige Sachen gemacht. Wenn er einen guten Tag hat, hat er dazwischenrein dann einfach mal so. Oh Gott, ey, seriously? Ich schwör's dir, hat er wirklich gehört. Aber dann hat er einen guten Tag gehabt. Der Leberschorsch. Ich find einfach, da kann man doch keine Stärze drüber machen. Naja, der würde im Gefängnis sterben. Also, heute sprechen wir von einem der einsamsten Menschen aller Zeiten. Von mir. Von Claudia. Nein. Du bist nicht, du hast doch mich. Ja, vielleicht find ich auch irgendjemand mal. Irgendwann mal jemand anders. Noch mehr Übereinstimmungen hast du mit unserem heutigen Protagonisten. Weil wir reden von jemandem, dem man vielleicht hätte helfen können, wenn man ihn nur gesehen hätte. Der Mann war ein Opfer der Zeit, in der er lebte. Ein Opfer der Umstände. Und am Ende Opfer eines Gewaltverbrechens, das sein Leben beendete. Das hoffen wir natürlich für dich nicht. Wir sprechen heute von Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Ich find, das klingt eigentlich wie so ein Popstar. Also, du bist, glaub ich, echt in unserer Generation, und ich zähle dich jetzt mal in meine Generation, bist du, glaub ich, der einzige Mensch, der Jeffrey Dahmer nicht kennt. Also, jetzt werden, bitte schreibt, wenn ihr Jeffrey Dahmer nicht kanntet, aber... Ich bin Claudia dumm. Wie Dummer. Claudia Dummer. Vielleicht kann mir jemand mal eine Nachricht schreiben bei Instagram, wenn ihr den auch nicht kanntet bisher. Den kennen wir, aber es ist trotzdem... Nee, es kennt nicht jeder natürlich nicht. Ich hoffe, dass nicht alle von euch ihn kennen. Ich kenne den Kannibalen von Rotenburg. Wie heißt der in Wirklichkeit? Der Kannibale von Rotenburg. Armin Meiwes heißt der Kannibale von Rotenburg. Aber Jeffrey Dahmer hast du auf jeden Fall schon gesehen. Der ist noch mehr in der Popkultur vertreten als Leute wie Ted Bundy. Also, Jeffrey Dahmer ist wahrscheinlich der Bekannteste. Den hörst du auch immer wieder mal in Rap-Songs. Du hast den auf jeden Fall schon auf T-Shirts gesehen und so weiter. Also, Jeffrey Dahmer ist schon vielen Leuten bekannt. Ich hoffe, dass den nicht alle... Claudia, das, was ihr da tippen hört, ist die Claudia, die jetzt ein Bild von Jeffrey Dahmer sucht online. Nee, den hab ich noch nie auf dem T-Shirt gesehen. Nee, hast du noch nicht gesehen. Der sieht auch aus wie so ein Steuerfachangestellter. Also, eigentlich sieht der aus wie ein Steuerberater. Ich hatte eine andere Frage. Findest du, dass er gut aussieht ist? Nein, absolut nicht. Welches Bild hast du? Zeig mal. Also, Claudia hat jetzt... Die hier. Das ist nicht Jeffrey... Ach, den schreibt man anders. Das ist nicht Jeffrey Dahmer. Das ist Jeffrey Dahmer. Und jeder von euch, der jetzt Jeffrey Dahmer mal sehen will, kann den auch googeln. Wie schreibt man den denn richtig? D-A-H-M-E-R. Und Claudia hatte den mit D-U-M-M-E-R geschrieben. Und da gibt es tatsächlich einen. Lass den Arm in Jeffrey Dahmer in Ruhe. Der ist nämlich kein Kalibar. Wie schreibt man den jetzt? D-A-H-M-E-R. Oh, wir machen großartiges Radio. Wirklich, das ist das... Die Leute lieben es. Wir machen nicht mal Radio. Okay, also ich mach in der Zeit mal weiter. Ähm... Das hat keiner gesagt. Aber sorry, der ist trotzdem nicht attraktiv. Sag mal, ja? Mal gucken, wen du jetzt hast. Das ist Obama. Das ist Barack Obama. Kannst du mal wirklich jetzt... Nein, das stimmt nicht. Nee, schmal. Also, Jeffrey Dahmer ist kein schlecht aussehener Typ. Nee, das stimmt. Er ist jetzt nicht super unattraktiv. Gut. Der hat halt so einen Pornobalken, ne? Also, der sieht halt so 70er-mäßig aus. Ich hab doch geschrieben, er ist ein Opfer der Umstände und der Zeit, in der er lebt. Ich sag's ja nur. Okay, weiter geht's. Oh, doch, der ist ja sogar hier mit dabei. Doch, ich hab sogar den Film gesehen, wo der mit dabei ist. Oh Gott. Das Monster von Milwaukee. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Wenn du jemandem was fragst und dann sagt er, nee, nee, hab ich noch nie gehört. Nee, hab ich noch nie gehört. Und dann irgendwie in der Hälfte des Films... Ach doch, den Film kenn ich. Den hab ich schon gesehen. Oh, das ist der Film. Ja, kenn ich. Wie geht der aus? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Du kennst diesen Mann. Das ist der bekannteste Serienmörder der Welt. Du hast wahrscheinlich sogar genau den Film. Und das ist wirklich schlimm. Aber gut, ich hoffe, der eine oder andere von euch kennt ihn auch nicht, denn ich erzähl euch jetzt heute recht viel drüber. Ich komm mir grad voll doof vor, weil ich den erst falsch geschrieben habe und du hast dich wirklich lustig gemacht. Nee, das war dafür doppelt witzig. Und jetzt, Fokus. Wir haben ja oft mit Leuten zu tun, also wir haben es ja eigentlich hauptsächlich mit Drecksäcken zu tun, aber viele von denen brüsten sich auch später noch mit ihren Taten. Und man gerade auch bei jemandem wie Ted Bundy, der irgendwie bis zum letzten Moment dann nicht mal irgendwie richtig zugegeben hat, dass das war, sondern dann irgendwie auch noch was es auf andere Leute schiebt und so. Ich bin mir bei Jeffrey Dahmer nicht ganz sicher. War er böse oder einfach krank? Und ich finde, wir werden jetzt versuchen, das gemeinsam rauszufinden. Ich verspreche euch, jeder, der Dahmer noch nicht kannte, wird nach dem Podcast nicht mehr der gleiche Mensch sein. Und jeder, der Dahmer schon kannte, ich habe ein paar saftige Details gefunden, versprochen. Es wird juicy. Also, bist du bereit? Mhm. Okay. 1994 wischen drei Männer einen Duschraum in der Columbia Correctional Institution in Wisconsin. Wir befinden uns in einem Hochsicherheitsgefängnis mit circa 800 Gefangenen, also die gleiche Größe Gefängnis, die ich kenne als Hochsicherheitsgefängnis. Und hier sitzen einige der gefährlichsten Männer des Nordwestens der USA. Und drei davon stehen hier gerade miteinander in der Dusche. Beamte sind weit und breit keine zu sehen. Insgesamt bleiben die Männer mindestens 20 Minuten ohne Überwachung. Selten. Sollte nicht sein. Angeblich machen sich jetzt die zwei weißen Gefangenen über den einen schwarzen Mitgefangenen lustig. Sein Name ist Christopher Scarver und er sagt später, die beiden hätten ihn mit einem Besenstiel in die Rippen gestupst. Hä? Keiner mag das, oder? Gestupst werden? Gestupst vor allem. Magst du es gestupst werden? Nein. Was ist das? Also, niemand mag das. Da sind wir uns jetzt schon mal einig. Was würdest du tun, wenn die dich stuppen? Nach meiner Mutter rufen. Okay. Scarver attackiert die beiden anderen mit einer Eisenstange aus dem Gym. Aber warte mal, sind die da jetzt zum Duschen oder zum Saubermachen? Zum Saubermachen. Wirklich? Okay, Saubermachen. Sind Putztruf. Wegen des Wischeimers dachte ich schon. Ja, ja. Kennst du Kurzhandel? Kurzhandel? Die Größe mit dem Metallstange in der Mitte? Kurzhandel? Ich war mal teilweise beim Langhanteltraining und da waren das immer so eine Langstange. Und deshalb hieß das Langhanteltraining. Deshalb würde ich sagen, dass die mit den kurzen Stangen die Kurzhandel... Das hast du richtig erfasst. Wahnsinn, oder? Haben wir einen in der Hand gehabt? Das ist Transferleistung Deluxe. Ja, ich habe sogar vier Kilo-Hanteln zu Hause. Aber mal eine Kurzhandel-Eisenstange in der Hand gehabt. Im Fitnesscenter? Genau. Also die sind sehr, sehr schwer und stabil. Mit so einer Stange schlägt er auf die beiden ein. Wo hat er die denn her, bitte? Höchstwahrscheinlich aus dem Gym. Ja, aber wenn die da oben sauber machen, dann hat man ja nicht immer aus dem Gym so eine Stange dabei. Könnte man meinen, ne? Ja. Spricht einiges dafür. Es gibt auch verschiedene Aussagen, so ein bisschen darüber, was für eine Stange. Der eine sagt, auch mit einem Besen habe ich auch gelesen. Aber gib mir noch einen Moment. Die Stange sollte er nicht haben. Du hast vollkommen recht. Danke. Du hast vollkommen recht. Also ich... Investigativ habe ich da nachgefragt. Hast du gut gemacht. Er hat es besonders auf einen der beiden abgesehen. Einen großen, blonden und eigentlich, ich hatte mir notiert, gut aussehenden Mann. Weil ich ihn eigentlich ganz gut aussehen finde. Christopher Skaber schlägt so lange auf diesen erst 34-jährigen Mann ein, bis der zu Boden geht. Dann packt Skaber ihn an den Haaren und schlägt seinen Schädel mehrfach gegen die gefließte Wand, bis er halt zermatscht ist. Danach attackiert er auch noch den anderen Mann. Hat der andere Typ nichts in der Zeit gemacht? Er hat blöd geschaut. Was würdest du machen? Wegrennen. Wohin denn? Du bist eingesperrt. Das ist ein Gefängnis. Du kannst genau bis zur nächsten Tür rennen und dann kannst du stehen bleiben. Ja, aber da würde ich ihn rennen und Hilfe rufen. Okay, gut, 20 Minuten hat es gedauert, bis jemand gekommen ist. Jesse Anderson hat tatsächlich nichts gemacht, stand regungslos da und hat gehofft, dass er nicht der Nächste ist. Aber er war der Nächste. Die beiden Opfer sterben wenig später an ihren schweren Kopfverletzungen. Bevor du jetzt aber zu viel Mitleid hast, Jesse Anderson war ein Rassist, richtig übler Typ, hat seine Frau umgebracht und hat gesagt, es war ein Schwarzer, den er noch weglaufen hat, sehen, so eine Nummer. Und der andere war Jeffrey Dahmer. Wir können auch davon ausgehen, dass Gabe die beiden nicht dafür getötet hat, dass die ihn geärgert haben und mit dem Besenstiel gestuppt haben, sondern eher für das, was sie in Freiheit so alles gemacht haben. Und da erklärt sich auch diese Frage. Ja, ich denke, er hat vorher gewusst, dass er sie an dem Tag tötet. Ich glaube, deswegen hat er eine Eisenstange. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass die Beamten, wenn sie es schon nicht gewusst haben, haben sie zumindest sich zur Seite gedreht an dem Tag. Und sich viel Zeit gelassen. Sehr viel Zeit gelassen. Und ja. Aber die wussten doch nicht, dass einer gegen zwei ankommt, oder? Ja. Na gut, wenn er die Stange hat. Er hatte auch eine Geschichte. Also Skaba hat eine Geschichte von Schizophrenien, Gewaltattacken. War keiner, den du eigentlich mit zwei weißen Jungs zusammentust, die beide auf der Abschlussliste stehen. Oh boy. Lass uns über Dahmer sprechen. Dahmer'n Geschichte ist aus so vielen Gründen so interessant. Und einer der Gründe ist, dass wir unglaublich viel Material über den haben. Wir haben bei ganz vielen, wissen wir nicht genau. Weißt du noch, zum Beispiel John Wayne Gacy. Es gibt zwar viel über ihn, aber von ihm selber kam eigentlich nicht wirklich was. Und auch von seiner Familie kam gar nichts. Jeffrey Dahmers Vater, Lionel Dahmer, hat ein ganzes Buch geschrieben. Das Buch heißt A Father's Story und ist beeindruckend. Wir erfahren nämlich da sehr, sehr viel darüber, wie es für einen Vater ist, wenn du über die Kindheit deines Erstgeborenen nachdenkst, nachdem du erfahren hast, dass er 17 Männer getötet hat und in der Gefängnisdusche totgeschlagen wurde. Und er hat das so schön geschrieben, weil er sagt so dieses, er hat selber dann auch gesagt, jede Erinnerung, die ich habe, ist befleckt. Und Lionel war ein Chemiker. Das ist ein ganz, ganz rationeller Typ gewesen. Und das ist sehr interessant zu sehen, wie ein Mann dieser Zeit, die eigentlich nicht sehr gut waren darin, irgendwie ihre Gefühle zu offen machen, darüber nachdenkt, was für Zeichen es gab, ob er irgendwas übersehen hat, was er hätte vielleicht anders machen können. Das ist ein tolles Buch. Und gab es Anzeichen seiner Meinung nach? Ach du. Er erzählt zum Beispiel, dass der kleine Jeffrey ihn einmal dabei beobachtet hat, wie er unter der Terrasse zusammengekehrt hat. Und Lionel hat dort Vogelskelette gefunden und so Zeug, was du halt unter der Terrasse findest und hat die dann in den Eimer geschüttet mit dem Dreck. Und dann plötzlich dreht er sich um und dann sitzt der vierjährige Jeffrey da und spielt mit den Knochen und hebt die immer so an und lässt die wieder in den Eimer rein. Oh Gott. Okay, das ist gruselig. Da würde ich auch mein Kind nochmal angucken und fragen, ob wir jetzt zum Therapeuten sollten. Sein Vater hat sich dabei nichts gedacht. Bist du sicher? Nee, ich weiß es nicht, aber ich finde es schon sehr, also gerade nach unserer letzten Staffel wäre ich da schon ein bisschen sensibel. Wir werden heute vieles davon sehen, was ein bisschen darauf hinspricht, aber wir haben nicht gesagt, wenn dein Kind mit Knochen spielt. Es ist ja eigentlich, es ist so ein, ich weiß das Geräusch, das durch die Knochen machen, ich kann es mir vorstellen. Also das sind ja hohle Vogelknöckchen, die hören sich wahrscheinlich, aber genau, an sich ist es noch nichts. Ja, aber ich habe mich als Kind schon geekelt davor, einen, wie heißt das, so einen Regenwurm anzufassen und also ich hätte nicht mit Knochen gespielt da. Das klingt auch super schräg. Das Haus der Damers lag recht abgelegen am Ende einer Straße und war umgeben von Wäldern. Das hat immer so dazu geführt, dass die anderen Kids auch eigentlich da nicht hin zum Spielen wollten, weil es ein bisschen weiter weg war als alles und tatsächlich am Rande des Waldes. Und wir wissen über Jeffrey Dahmer, dass er die Wälder durchstreift hat, schon als junges Kind, also schon recht früh, da immer so alleine rumgelaufen ist. Seine Mutter hat postportale Depressionen gehabt, mindestens, hatte mehrere Zusammenbrüche, konnte in den ersten Lebensjahren kaum Liebe zeigen dem Kind, nahm bis zu 20 verschiedene Tabletten am Tag und kümmerte sich tagelang nicht um das Kind. Das ist das, was wir aus der Father's Story wissen. Sie selber streitet es komplett ab, ich habe Interviews von ihr gesehen, aber auch jetzt von meinem Gefühl her lügt sie. Warum weiß ich das, warum denke ich das, ja, ich erkenne eigentlich Verrücktheit. Ich bilde mir ein, das spüren zu können, ein Bauer erkennt seine Schweine am Gang und sie ist nicht normal. Wenn sie wach war, stritten sie und Leine die ganze Zeit und jetzt haben wir es wieder. Vernachlässigung in der Kindheit. Emotionale Vernachlässigung. Komplett. Eine Mutter, die sich nicht bewegen kann, sich nicht um dich kümmert, dir keine Liebe zeigt, in den ersten Jahren verheerend. Allerdings natürlich auch krankheitsbedingt, ne? Natürlich. Psychische Erkrankungen, wie gesagt, sind niemandem schuld, aber jedem seine Verantwortung. Schuldgefühle kamen bei ihm dazu in der frühen Jugend, in der Kindheit schon, weil er immer dachte, das hat sie wegen mir. Das haben, glaube ich, Kids oft, wenn es diese postpartale Depression ist, die ja dann tatsächlich mit der Geburt zusammenhängt. Und dann denkst, wenn du darüber nachdenkst als Kind, glaube ich, kann das dazu führen. Hat bei ihm dazu geführt, er dachte, der Streit seiner Eltern und die Krankheit seiner Mutter, das ist alles seine Schuld, ging ja schließlich erst nach seiner Geburt los. Außerdem hat er dann auch sowas gehabt wie Beinschienen, musste er eine Zeit lang tragen, irgendwie so den Forrest Gump irgendwie, hatte eine Hernie, was ich nachgoogeln musste. Kennst du das? Nee. Ist eine Art, kann ein Leistenbruch sein, kann aber auch tatsächlich ein Bauchbruch irgendwie sein und dann quetscht dir die Organe zu diesem Bruch raus und so, ist übel. Er ist also auch operiert worden und hat danach auch eine ganz komische Fixierung, hat sich der Vater auch daran erinnert, irgendwie hatte er dann öfters gedacht, dass sie ihm den Penis abgenommen hätten. So, ne, irgendwie die OP gehabt, ist aufgewacht, vielleicht hat er dann tatsächlich, ich hatte zwei Leistenbrüche und du bist dann, wenn du aufwachst als Kind, ist das da unten irgendwie alles so seltsam, weißt du, es tut, alles tut dir weh und du hast einen Verband hier über die Leisten und das ist so komisch und dann wird dann der Leiste die Fäden gezogen. Ich weiß auch noch so verschwommen, dass ich nicht genau wusste, was ich hab, was mir passiert ist, ne, so. Ich bin aber kein Jeffrey Dahmer geworden, er hat aber seine Obsessionen für Penisse beibehalten. Sagen wir so, wir kommen darauf zurück. So weit, so gut. Irgendwann hat er, und jetzt wird's schon eklig, hat er angefangen, tote Wildtiere mit nach Hause zu bringen. Der tötete sie nicht, quälte sie nach eigenen Aussagen nie. Wir können ihm glauben. Aber wenn er ein totes Tier fand, nahm er es mit. Warum? Nicht zum Ausstopfen. Ein Achtjähriger stopft nur nicht aus, so. Wirklich. Geht aber bald los, weil in der Schule haben sie tatsächlich, was ich auch total krank finde, dieses Ferkelsezieren. Hast du das machen müssen, in der Schule? Irgendwas sezieren? Ne. Ich überlege gerade einen Fisch, aber ich glaube nicht. Echt? Wie, du erinnerst dich? Ne. Bitte? Du überlegst, ob du, hast du? Ich hab das nicht gemacht, ich könnte sowas eh nicht tun. Okay. Aber ich hab überlegt gerade, ob man das irgendwie mal irgendwas hat, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht jedenfalls. Es ist in jeder Netflix-Serie so, in den USA machen sie es, Frösche, Ferkel, alles mit dir. Aber hier, ich hab's nicht gekannt. Also bei uns hat man's nicht gemacht. Ich glaube, ich hab's auch nicht gemacht. Er hat ein Ferkel sezieren sollen und hat es dann danach mit nach Hause genommen. Und jetzt ist es schwierig. Sehr, sehr schwierig. Was macht er denn mit den Tieren zu Hause? Was glaubst du denn? Keine Ahnung. Er legt die in der Küche auf den Boden und will die essen oder was? Und will die zubereiten? So, also, aber ich hoffe, wenigstens gebraten da noch. Bist du krank? Ich frage, weiß ich ja. Nein. Ich würde sowas gar nicht mit nach Hause nehmen. Du bist ja widerlich. Nein. Sondern? Der hat die nur aufgeschnitten. Später hat er gesagt, er wollte sehen, wie es drinnen aussieht. Aha. Das ist ja gar nicht krank. Der wäre sicher ein hervorragender Tierpräparator geworden. Wobei ich das auch schon sauguselig finde. Wie kommst du auf die Idee so? Ich komme auf die Idee, weil ich Bates Motor gesehen habe. Das ist die Psycho, das ist also Psycho als Kind und also Norman Bates als Kind und der ist da Tierpräparator und deshalb kam ich darauf. Aber in Wirklichkeit, wer denkt sich cool, das Ding ist tot, da stopfe ich jetzt Stroh rein und Sägespäne und dann baller ich noch zwei Glasaugen drauf und dann, wow. Tierpräparator? Gar nicht creepy. Okay. Besser wird es übrigens nicht. Oh, wir haben überhaupt keine Triggerwarnung rausgehauen. Ich hau mal jetzt eine böse Triggerwarnung raus. Wir haben hier alles. Wir haben sexuelle Gewalt, wir haben ekligen Schaden. Also wir haben wirklich. Leute, schnallt euch an. Es gab auch nur ein paar andere Auffälligkeiten, die jemandem hätten auffallen können, wenn man hingesehen hätte. Ich glaube, im Nachhinein weiß man auch immer dann ein bisschen mehr. Ja, wobei, wenn du ein Ferkel, wenn dein Kind, das mit den Knochen ist noch so bei einem Vierjährigen, okay, du weißt vielleicht auch nicht, was es ist, aber wenn die erste überfahrene Katze auftaucht oder versucht, ein Wildschwein heimzuschleifen, was er auch gemacht hat, was ich auch gruselig finde, was ich aber tatsächlich schon erlebt habe, ist, dass er den Herzschlag anderer Kinder gelauscht hat. Dass er das so hören wollte. Lass mal hören, lass mal hören, lass mal hören. Aber ich glaube, das ist relativ normal, oder? Ja, er hat es so lange gemacht, bis es den anderen Kindern unangenehm wurde. Also es haben sich Leute daran erinnert, weil die dann immer still halten sollten und er halt einfach dann fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten, so lange wie schon halt last, hat er so da gelauscht. Zusammen mit der Kombination und dem Aufschneiden. Einmal gab es eine Situation, wo sein Vater beim Abendessen fragt, was würde passieren, wenn wir jetzt diesen Hühnerknochen in Bleichmittel legen würden? Und erinnerst du dich noch, Lionel war Chemiker. Für ihn war das natürlich so, oh cool, mein Sohn zeigt wissenschaftliche Neugier. Was macht er? Er kauft ihm dann irgendwie so einen Chemiebaukasten und freut sich, bis er halt merkt, dass alles, was man irgendwie einlegen kann, voll mit Tierteilen dann halt ist. Also damit war dann das auch wieder. Hier spätestens wäre der Besuch bei einem Psychologen angebracht. Ja, absolut. Obwohl ich glaube, in der damaligen Zeit wahrscheinlich nicht, aber jetzt auf jeden Fall. Du hast vollkommen recht, 1970 war das kein Thema. Was Jeffrey auch nicht mochte, waren normale Kinderspiele. Stattdessen saß der alleine da und hat sich super komplexe Spiele ausgedacht. Auch was, was ich kenne von Leuten. Und das ist bei Jeffrey Dahmer, ich weiß nicht, du bist ja, in dem Alter sind ja Jungen noch mit Jungen befreundet und Mädchen noch mit Mädchen eher so. Das ist so ein bisschen, aber ich kenne solche Kids. Ich kenne solche weirden Sachen, wie der will meinen Herzschlag lauschen oder der denkt sich voll die komplizierten Spiele aus mit eigenen Regeln und so und keiner will mit ihm spielen halt, weil was will ich jetzt deinen komischen Scheiß lernen? Und eins davon nannte er Infinity Land. Und darin hat er eine Spirale gezeichnet mit einem dunklen Loch in der Mitte und die Spielzeugfiguren, die mussten sich in dieser Spirale so nach vorne bewegen und jedes Mal, wenn eine Figur eine andere berührt, dann verschwand sie vom Spielbrett. Und das ist auch, ich will jetzt nicht Psychodoktor spielen, ihr wisst, ich bin kein Arzt. Aber ist ja ein bisschen eigentlich wie bei Mensch ärgere dich nicht, oder? Da ballert man sich ja auch raus. Wohin gehen die? Die gehen wieder... Ins Häuschen. Wohin ballert er sie? Ins Infinity Land. Ah, okay, verstehe. Die Nähe wird in diesem Spiel mit absoluter Verdammnis bestraft. Also, hattest du dir keine eigenen Regeln? Spiele? Irgendwie selbst erfunden Spiele? Ja, schon. Aber nicht sowas. Was auch ist natürlich dieses ständige Alleinsein. Dieses ständige Alleinsein. Da war ein typischer Einzelgänger und jetzt kommt was, wo ich mich frage, ob es der erste Versuch einer Selbstmedikation war, weil er ist mit 14 eigentlich schon ein funktionabler Alkoholiker. Jeden Tag stockbesoffen. Aber wahrscheinlich ja auch, um zu verdrängen, um diese Leere in sich irgendwie zu verdrängen. Ich glaube, und das ist das Gruselige an Jeffrey Dahmer, dass es nicht die Leere ist, die er verdrängen will. Sondern? Die Fantasien. Die Zwangsfantasien, die in dem Alter beginnen. Was lässt sich davon ausgehen? Dass er selber, ja, dass ihn die Fantasien einfach sein Leben lang begleiten, verfolgen und er ihnen dann irgendwann auch nachgibt. Und normalerweise beginnt sowas, das haben wir eigentlich auch in den Psychopathenserien manchmal besprochen, es beginnt mit diesem, es ist schon vorher da. Du hast einen Vierjährigen, den der Tod interessiert. Du hast ein Kind, das sich für Leichen interessiert. Du hast diesen Ekel nicht. Du hast jemanden, der sich für das Innere von Körpern interessiert. Und irgendwann, da hat er ja noch keine Sexualität. Ein Vierjähriger hat keine Sexualität. Aber irgendwann dann mit zwölf, dreizehn, was auch immer, beginnt es. Und bei ihm, nicht wie bei allen anderen, also bei anderen ist es dann entweder auf Jungs oder Mädchen fixiert oder so. Und bei ihm entsteht da eine Verknüpfung. Und das ist ein großes Problem. Der Beginn seiner Alkoholsucht geht nämlich ziemlich genau auch einher mit dieser Erkenntnis, dass er homosexuell ist. Er sagt später, das war nämlich in den 70er Jahren in Wisconsin. Bestimmt nicht einfach. Das gab's nicht. Und es gibt ein super krasses Interview von Stone Phillips, bei dem sein Dad im Hochsicherheitsgefängnis mit Jeffrey Dahmer zusammen interviewt wird. Unglaubliches Interview. Und da stellt er ihm auch die Frage, so Lionel, also sein Vater, was hättest du gemacht, wenn dir dein Sohn erzählt hätte, dass er schwul ist? Und dann siehst du diesen Lionel, der eigentlich ein netter Typ ist, aber hat auch ein Kind seiner Zeit noch. Und ein gläubiger Christ, irgendwie ein konservativer Typ, der dann auch so sagt, ja, ich hätte damals, ich wusste, es gibt Kurse, bei denen man lernen kann, das zu verändern und da hätte ich ihn hingebracht. Und das sagt er nicht leichtfertig oder so, sondern er sagt, das wäre meine Reaktion gewesen. Und dann kommt natürlich sofort die Frage zu Jeffrey Dahmer. Glaubst du, die Unterdrückte oder glaubst du, der Zwang, diese Sexualität zu unterdrücken, hat dich zu dem gemacht, was du bist? Und sofort wie aus der Pistole geschossen, sagt Jeffrey Dahmer, nein. Ich hätte zwar nicht über meine Sexualität gerne geredet, aber es gab damals schon Dinge in mir, über die ich mit keinem Menschen jemals hätte reden können. Okay, crazy. So ist es. Und deswegen dieses Saufen, weil was machst du weniger, wenn du total besoffen bist? Du denkst weniger. Aber es ist auch interessant, dass sein Vater, wenn er schwul gewesen wäre, dann hätte er irgendwie eingelenkt und ihn in irgendeinen Kurs gebracht, wo ihm in Anführungsstrichen geholfen wird. Aber wenn er irgendwie tote Tiere nach Hause bringt oder irgendwie mit Knochen spielt, ja, das ist jetzt auch kein Grund, jemanden irgendwie. Dummerleine, da klingt er gar nicht so gut. Ja gut, das ist auch andere Zeiten. Er hätte das aber auch nicht mit Sexualität übereingebracht. Aber wieso ist das eigentlich bei ihm mit Sexualität verknüpft gewesen? Weißt du das? Er sagt später auch mal zum Beispiel das Aufschneiden von diesem Schwein oder sowas. Das Aufschneiden hat ihn sexuell erregt. Also eine leichte sexuelle Erregung mit einem starken Gefühl von Macht. Wie immer bei diesen Menschen ist es ja so, diese Machtlosigkeit auch, die sie wahrscheinlich in irgendeiner Phase in ihrem Leben empfunden haben, ist natürlich mit der totalen Machtergreifung gleicht sich das dann aus in ihrem Gehirn. Waren die Tiere denn schon tot? Immer tot, hat nie gequält. Aber hat er nie getötet oder hat er nie gequält? Kein einziges Mal, dass ein Tier so getötet hat, wissen wir. Und das haben wir ja von anderen Serienkiller schon, dass die sagen, wir haben Katze gefangen, Katze gekippt. Also ich glaube auch ganz klar nochmal, weil die Leute natürlich früher gesagt haben, oh schau mal, Homosexialität, oh der Teufel, Satan, bla bla bla. Ich bin ganz sicher, dass es nichts damit zu tun hatte. Für ihn war Schwulsein schwierig genug, aber noch eine Ecke schwieriger war, dass er beim Onanieren immer noch an dieses sezierte Schweinchen denkt. Das ist das Problem, nicht die Homosexualität. Und jetzt haben wir diesen Punkt, wo ich gesagt habe am Anfang, ich glaube, man hätte dem helfen können. Weil da sitzt ein 14-Jähriger besoffen in der Schule jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag und geht raus aus der Schule und sitzt dann da auf irgendeinem Parkplatz mit einem Sixpack. So und es gibt auch Lehrer, die dann später sagen, ja, ich habe ihn mal angesprochen, aber ich bin halt nicht auf den gekommen. Und es gab ganz viele Mitschüler, die dann sowas gesagt haben wie, als ich gehört habe, dass ich einen Serienmörder in der Klasse habe, hatte ich an einen gedacht, aber es war gar nicht Jeffrey. Bei dem dachte ich immer, der bringt sich mal um. Also er war so ein trauriger junger Mann und hat aber auch was gemacht, was ich auch wieder aus der Schule kannte. Und zwar war er bekannt für abartige Streiche. Zum Beispiel hat er sich so hingeworfen und so getan, als hätte er einen epileptischen Anfall. So dieses over the top. Ja. Ist ja auch kein Streich, ne? Ist ja irgendwie nur... Die Leute haben dann gesagt, bring mal einen Dahmer. Mach mal einen Dahmer, ey, mach mal einen Dahmer. Und dann hat er sowas gemacht, irgendwas Seltsames, irgendwas Extremes. Aber damit schießt man sich ja noch mehr ins Aus, ne? Ja, die Leute instrumentalisieren dich dann halt. Aber wenn du das nicht gut lesen kannst... So eine Freundin findest du so nicht... Ah, wollte er gar nicht. Einen Freund findest du so auch nicht. Es ist so traurig. Jetzt kommt der erste Anflug von Gewalt. Die Fantasien werden immer stärker und stärker. Und in seiner Nachbarschaft gibt es einen Jogger, der immer dort vorbeiläuft. Jeden Tag, wie ein Uhrwerk. Immer um dieselbe Zeit joggt dieser Typ vorbei. Und damals sitzt halt... Oder damals noch Jeffrey, der kleine Jeffrey, so 16, 17, sitzt irgendwie auf der Terrasse und sieht den vorbeilaufen und sieht den vorbeilaufen. Und in seinem Kopf kommt diese Fantasie, dass er ihn niederschlagen will und sich neben ihn hinlegen will. Dass er einfach so neben diesem bewusstlosen Menschen sein will. Er will ihn nicht rumbringen, er will nur diesen Körper. Als Teenager. Als Teenager. Und das quält ihn so lange, bis er eines Tages sich wirklich mitnimmt. Ja, aber weil du so guckst, man weißt, was das für ein sexy Jogger war? Das waren die 70er-Mann, der hatte diese kurzen Shorts. Wie? Ich gucke so, weil ich das abartig finde, dass man diese Fantasie hat, sich jemanden auszunocken, um sich dann neben den zu legen. Das findest du schon schlimm? Ja, weil das zeigt ja schon so eine krasse Sehnsucht nach Nähe irgendwie dann auch wiederum. Gut, gut, gut. Denk dich ruhig rein. Fühlst du, weißt du, das ist nur der Beginn. Ja, und dass er dann nur Nähe so aushalten kann, wenn der andere bewusstlos ist und nicht agieren kann. Das ist ja auch irgendwie crazy. Jetzt sitzt er in dem Gebüsch, hat einen Baseballschläger dabei und wartet. Und genau an diesem Tag kommt der Jogger nicht. Ach Gott sei Dank. Kass, oder? Ey, dieser Jogger, ich hab nach allem gesucht, ob ich irgendwo ein Interview mit diesem Jogger finde, weil das ist, weißt du, wie knapp der, weil du haust jemanden nicht mit dem Kopf auf den Baseballschläger und es ist safe, dass der danach noch dasselbe ist, weißt du. Ja, klar, du kannst ihn töten oder eins krank machen. Kann alles vorbei sein, halt, ja. Er will ihn, wie gesagt, nicht umbringen, sondern nur die Kontrolle. Es geht ihm nur um Macht. Es geht ihm, wie du gesagt hast, die Nähe zu jemandem zu haben, aber auch, der nicht weggehen kann. Weil was jetzt passiert, die Mutter und der Vater trennen sich. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Einen der einsamsten Menschen der Welt. Mutter und Vater trennen sich und lassen ihn alleine zurück in diesem Haus. Wie? Der Vater zieht zu einer neuen Freundin, er ist 16, 17 und die Mutter ist, was weiß ich, wo die ist. Die ist total irre. Und er wohnt allein in diesem Haus. Wow. Jetzt wissen wir nicht genau, was in der Zeit alles passiert ist, aber es war sicher nicht förderlich für die Entwicklung. Und jetzt kommt der Moment, also er hat schon einen Führerschein und er hat immer eine Fantasie gehabt, auch über einen Anhalter. Und jetzt fährt er eines Tages, eines Abends die Straße hinlang und trifft auf einen Anhalter, der genau dieser Fantasie gleicht. Und Jeffrey Dahmer mag haarlose Brust bei Männern. Gott, ich wäre voll sein Typ. Wie bei dir? Ich wäre voll sein Typ. Ich habe ein langes Haar. Ich habe aber auch eine Brust. Das hätte ich dann so gesagt, Jeffrey, nein, hier, siehst du, ein langes Haar. Da oben ist es. Irgendwo da oben ist es. Es sind mehrere. Bitte? Wie viele denn? Naja, die sind so gekräuselt. Also schon bestimmt so fünf. Und dann um deine Brustwarzen auch noch. Du hast Nippelhaare. Nein, das ist nur bei der rechten, weil ich da mal eine OP hatte. Und die anderen sind auch Haare. Echt? Jetzt rede ich kein Scheiß. Die Leute stellen sich mir jetzt, oh Mann, wie ich mir jetzt die Brust vorstellen würde. Wieso ziehst du auch dein T-Shirt hoch? Ich wollte es mal zeigen. Also gut, er fährt vorbei an dem Typen. Anhalter überhaupt? Gibt es gar nicht mehr, ne? Doch. Aber wenige. Ja, wenige. Wenige. Der wird vergewirr liegen halt. Und Leute wie Jeffrey Dahmer sind ja genau der Grund, warum bei Anhalterfahren so einen extrem schlechten Ruf hat. Und das Schlimme ist ja auch, ich sage immer, bei Anhalterfahren ist super ungefährlich, weil keiner fährt so lange rum und denkt sich, oh, wow, jetzt mal gucken, wann ich ein Opfer finde oder so. Das muss ja dann auch passen. Aber passiert immer wieder. Naja. Auf jeden Fall schafft er es nicht wegzufahren, sondern er dreht um, macht einen U-Turn, sammelt diesen Jungen ein, nimmt ihn mit nach Hause. Der Name des Jungen ist Stephen Hicks. Die trinken zusammen, chillen zusammen. Er hat irgendwie Weed zu Hause gehabt auch. Mehr passiert nicht, denn Hicks war hetero. Hat sogar eine Freundin gehabt. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Irgendwie ein Typ nimmt dich mit, ist ein bisschen älter als du, ist eigentlich sogar ein cooler Dude irgendwie, hat was zu kiffen so zu Hause, was zu saufen. Du fährst mit, denkst, okay, zwei, drei Stunden kann ich noch abhängen. Und so. Und irgendwann merkst du aber das, was nicht ganz stimmt. Und er sagt so, hey, ich gehe jetzt. Und in dem Moment flippt Dahmer aus und schlägt ihm von hinten mit einer, rate mal, Kurzhantelstange auf den Kopf. Und wo ist jetzt der Zusammenhang, dass er hetero war? Also hat das jetzt irgendeinen... Naja, du kriegst ihn schlecht rum, wenn er hetero ist als schwule Mann. Ach, das wollte er? Nein. Der wollte den barmbrüstigen... Naja, aber wenn deine Sexualität eigentlich mit dem Aufschlitzen von Leuten zu tun hat, die jetzt vielleicht eigentlich wie die Tiere erstmal irgendwo tot rumliegen müssten, weil er damals ja nicht umgebracht hat, dann würde ich jetzt ja nicht davon ausgehen, dass er auch trotzdem wirklich, also seine Homosexualität hätte ausgelebt. Ich dachte, dass seine Sexualität ist nur an dieses Aufschneiden. Aber natürlich vielleicht... Ich möchte mich jetzt nicht zu sehr irgendwie aus dem Fenster lehnen, aber Männer bleiben irgendwie Männer so und... Der ist schon sehr, sehr aktiv auch. Also er ist schon hinter Männern her gewesen. Trotzdem, Schlag auf den Kopf, kämpft Hicks noch um sein Leben, was auch in Anbetracht irgendwie, wenn man dann über die Taten... Ja, er redet ja über die Taten auch während der Verhandlung und immer, immer. Und es ist wirklich... Der ist jung, der ist stark und der verliert diesen Kampf gegen Dahmer. Das muss ein brutaler Kampf gewesen sein. Und wollte Jeffrey den wirklich umbringen oder lieber den Jogger? Jetzt ja. Ab dem Moment, wo er ihn schlagte, er wollte jetzt... Gab es kein Zurück mehr. Lionel, also Lionel, Dahmer, sein Vater, der hat ein paar Fehler gemacht. Eins davon war eben, seinem Sohn mit 14 ein Hantelset zu kaufen, weil er eben gedacht hat, so naja, vielleicht gibt ihm das ein bisschen Selbstbewusstsein. Was er gemacht hat, war, er hat seinen Sohn, der ein Monster ist, einfach nur noch stärker gemacht. Das heißt, Jeffrey damals... Aber ja, nicht bewusst, ne? Joa, aber du... So... Weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Man hätte da mal schwächen müssen, so früh wie möglich, anstatt ihn noch stärker werden zu lassen. Gewinnt den Kampf, erwürgt Stephen Hicks tatsächlich mit dieser Handelstange am Boden, quetscht seinen Kehlkopf ein, legt sich neben die Leiche und kuschelt mit ihr. In der Nacht masturbiert er öfter und später entfernt er die Arme und Beine und öffnet auch den Bauchraum. Das war das erste Mal, dass er eine Menschen aufgeschnitten hat. Am nächsten Tag fährt er die Leichenteile zu einer Mülldeponie. Aber wir sind nur noch beim Schneiden bisher. Also das macht es nicht besser, aber es noch nicht essen. Nö, nö. Nur schneiden. Packt die ganzen Leichenteile in Säcke und will die zu einer Mülldeponie fahren und wird von den Polizisten angehalten. Weil wahrscheinlich schwer besoffen irgendwann halt in der Früh auf dem Weg zur Mülldeponie rum einen Schlangen fährt. Und jetzt kommt was, was wir noch viel öfter mitbekommen werden. Der Kopf bemerkt die schwarzen Mülltüten auf dem Rücksitz und fragt, was da drin. Müll. Nur Müll. Ich wollte zur Deponie fahren. Okay, mein Junge, dann pass auf dich auf und schickt ihn weiter. Und Jeffrey Dahmer ist wohl der Typ, der mit am meisten Scheiße durchgekommen ist von allen Killern, die wir je hatten. Weil? Der sieht ja jetzt anscheinend dann nicht unscheinbar aus, wenn er so viel Handeltraining macht. Ja, doch. Die waren alle schlank damals. Also war er bestimmt. Stimmt, die auf den Fotos, die ich gesehen habe, sieht ja schon. Der ist fit, aber nicht muskellös. Ich traue mich ja gar nicht mehr zu sagen, dass ich den sympathisch fast finde. Nee, es ist fit, aber nicht muskelprotz. Das war jetzt nicht so. Warum? Blond, blauäugig und gay. Und das sind wohl die wichtigsten Gründe. Man muss sagen, wir kommen später nochmal zurück. Also blond und blauäugig hilft dir prinzipiell immer. Allein weiß sein hilft. Weiß, blond, blauäugig hilft immer. Und gay kommen wir nochmal darauf zurück, warum ihm das hilft. Ich kann es auch schon mal anschneiden. Die Polizei wollte damit einfach nichts zu tun haben. Sobald es irgendwie schwul wurde, waren die so okay, wow. Aber das stand ihm ja nicht auf der Stirn. Stand ihm nichts auf der Stirn. Wir werden später noch hören, in was von dem Zusammenhang ihm das geholfen hat. Dad und neue Freundin bemerken dann irgendwann, dass der Junge immer besoffen ist. Und was macht man mit einem besoffenen 18-Jährigen? Ich würde ihn in eine Klinik schicken. Ja, die haben ihn zum Militär geschickt. Die überreden ihn, dass er sich verpflichten lässt. Und weißt so, seine Militärzeit verbracht hat. Er soll jetzt noch töten richtig lernen. Ja, Jeffrey, ich sag's ja, Lionel hat das irgendwie nicht so richtig, richtig begriffen, was für ein Kind er dort hat. So, also er erst Trantelset kaufen, dann ins Militär schicken und dann so, oh, das ist eine perfekte Tötungsmaschine. Weißt du, wo er seine Militärzeit verbracht hat? In Deutschland? Yes, gut geraten, wow. Und zwar 130 Kilometer von da, wo ich wohne, in Baumholder. Es gab nichts viel gegen ihn zu sagen von Militärseite, also von seinen Vorgesetzten und so. Außer, dass er natürlich nicht mit dem Trinken aufgehört hat. Militär, US-Army war damals zu der Zeit komplett im Arsch. Die kamen gerade aus Vietnam, also die hatten Vietnam noch nicht verwunden, diese Niederlage, dieses Trauma. Viele Soldaten waren Junkies, viele Soldaten waren Alkoholiker. Und es war ja auch eine Zeit vor Urinenkontrollen. Also, ne, du bist wasted halt, aber was... Ja, und wahrscheinlich auch vor psychologischer Aufarbeitung. Vollkommen. Ging damals los. Also die haben damals angefangen, dass sie gesagt haben, ich meine, wir hatten ein ganzes... Ein ganzes Land war bei uns traumatisiert nach dem Zweiten Weltkrieg, das nie aufgearbeitet wurde. Die Folgen davon spüren die Generation heute noch so. Damals ging es so ein bisschen los. Kann man sich gar nicht vorstellen. Er schafft es auch nicht durch Dienstzeit und nach einem Jahr, glaube ich, alle eineinhalb wird er wegen Trunkenheit unehrenhaft entlassen. Jetzt gibt es was Witziges und zwar ein Ticket aus Deutschland zurück in die USA, wo auch immer hin du willst. Das gibt es zu deiner ehrenhaften Entlassung oder zu einer unheerhaften Entlassung. Wohin möchtest du? Wohin fliegt Jeffrey Dahmer zurück? Las Vegas. Kein schlechter... Er geht nach Miami. Oh, welcome to Miami. So, ey, wo gibt's die nettesten Boys, hat er sich gedacht. In den tightesten Pants. Welcome to Miami. Nach einem Jahr im geteilten Deutschland wollte er ein bisschen Sonne. Stell dir vor, du hast die Bilder gesehen. Super gay. Super free. Super drunk. Aber er hat es nicht ausgehalten. Das war ihm zu viel. Kam ja eigentlich aus... Also ist ja eigentlich kein Stadtkind. Ist ja kein... Ist ja eher ein Farmboy. Und ist zurück nach Milwaukee gegangen. Hat sich dort irgendwie nachts in den Gay-Bars rumgetrieben. Deswegen weiß ich auch, dass er viel Sex hatte. Wobei er in den Gay-Bars sofort den Ruf bekommen hat, dass er Leute drugged. Also dass er Leute mit Schlaftabletten in den Drinks und so... Also heute würde man sagen roofied. Und dann hat er sich immer neben die gelegt in den Bars. Hat die auch vergewaltigt, während sie betäubt waren. Oh Gott. Und ist dann... Hat sich dann neben die gelegt und ist dann immer irgendwann abgehauen, kurz bevor die aufgehauen sind. In der Bar? Nicht zu Hause dann wahrscheinlich? Nein, nein. Eine Gay-Bar in den 70ern in Milwaukee. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht. Da kann man sich aber trotzdem nicht auf den Boden legen und jemanden vergewaltigen. Okay, du hast nie... Ich war noch nie in der Gay-Bar. Also solche Clubs funktionieren ja... Da ist ja... Ein Darkroom oder was? Da gibt es mehrere Darkrooms. Da gibt es dann Separees, wenn du es schön sagen willst. Oder halt Vögelzimmer, wenn du es anders sagen willst. Und nochmal, Männer sind anders. Ja? Männer sind anders. Das ist dann ungefähr so. Da geht er noch rum und dann macht er Bock oder was? Und dann gehen die. Das war's. Das ist das Mating. Das ist das Mating zwischen Männern. Das kann sehr schwer gehen. Und dann druggt er die und dann rapet er die. Und dann geht er und irgendwann fällt einem auf. Und da hat auch keiner eine Anzeige erstattet. Weißt du? So, das ist dann so... Okay, du gehst in der Früh raus, dein Arsch tut dir weh und du denkst dir, verdammt! So ist es. Tagsüber hat er gearbeitet in der Ambrosia-Chocolate-Fabrik. Also der hat tatsächlich Schokolade gemacht. Alle, die damals Schoki gegessen haben, haben Schokolade gegessen, die durch Jeffrey Dahmers Hände gegangen ist. Ich hätte so gerne meinen Ambrosia-Chocolate gesehen. Jeffrey und die Schokoladen-Fabrik. Fürchterlich. Ich finde es immer noch krass, dass du den gar nicht kanntest. Okay. Ich kannte den doch. Ich wusste den Namen nur nicht. Ach so, okay. Ich bin ganz schlecht bei den Namen. Übermorgen kenne ich den Namen schon wieder nicht. Ich werde machen, dass du dir Jeffrey Dahmer merken kannst. Jetzt geht's richtig los. Also, Jeffrey hat zu dem Zeitpunkt schon irgendwie den Ruf, also ein Vergewaltiger zu sein. Wollen wir kurz zusammenfassen? Fassen wir mit deinen Worten zusammen, wo wir jetzt stehen gerade. Ich dachte, ich soll gerade jetzt beschreiben, was eine Vergewaltigung ist. Und wo wir jetzt stehen, naja, also er hatte schon eine Kindheit, in der die ersten Sachen echt ein bisschen strange sind. So dieses Morbide durchzieht ihn. Und er wird dann immer älter, fängt dann schon an, den ersten umzubringen, hat dann seine erste Tat. Sozusagen diese Grenze ist dann überschritten. Auch dieses dann, dieses Nähe haben, weil jemand da nicht weg kann und der sich nicht bewegen kann. Das ist auch sehr ausgeprägt. Und ja, er wird dann zum Mörder, der dann gerne aufschneidet. Hat dann noch beim Militär jetzt gelernt, richtig zu töten. Und ist sogar jetzt inzwischen so weit, dass er irgendwelche Typen einfach auf Drogen setzt, um dem nachzugehen, was er da so heiß findet. Versucht aber auch niemanden mehr zu töten. Zwischen der Tat und der Nacht, über die wir jetzt reden, also zwischen dem ersten Mord und der Nacht, über die wir jetzt reden, liegen sieben Jahre. Und weißt du, warum? Ich glaube, dass das mit dem unter Drogen setzen, dass das sozusagen so ein Substitute war, dass das ein Ersatz war für das, was er eigentlich wollte. Und das spricht auch wieder dafür, dass da mal er ist, deswegen tue ich mich so schwer zu sagen, klar ist es ein Monster, klar hätte man ihn, was hätte man machen können? Man hätte den von klein auf, hätte der in den Betonquader gesperrt gehört und niemals an den Menschen herangelassen, aber das kannst du nicht machen. Und ich glaube, er wusste das. Psychiatrie oder Psychiater, Psychologe. Aber ich finde trotzdem krass, weil du hast ja gesagt, dass er das so geil findet, aufzuschneiden. Das ist ja komisch, dass er das dann so lange Jahre nicht gemacht hat. Ja, weil er weiß, dass es verdammt nochmal falsch ist. Ah, also hat er gewissen? Natürlich, weil er weiß komplett, dass es falsch ist. Er weiß ganz genau, dass es falsch ist. Deswegen macht er es nicht. Deshalb seufzt er am Anfang und irgendwann kommt es. Er seufzt sich. Er wird auch keine einzige Taten nüchtern begehen. Später musste dann immer dieses, er konnte das erst ab einem gewissen Besoffenheitsgrad, konnte er gewalttätig werden auch wieder so, weil es ihn eigentlich, wir sprechen hier von, weißt du noch, wir hatten mal diese zwei Begriffe, der Process Killer, also jemand, der Spaß hat am Töten, so jemand wie Ted Bundy oder der Product Killer, der eigentlich nur dieses, er braucht die Leiche. Und wo gibt es Leichen? Die kriegt er nicht. Er hat sogar mal versucht, eine Leiche auszugraben in diesen sieben Jahren. Hat gemerkt, dass es halt, verdammt, ne? Du gräbst halt dann den vermoderten, vergammelten Leichnam aus. Aber er hätte ja versuchen können, wie heißt das? Leichenschau auszuarbeiten. Das hätte er tun können, wenn er nicht die ganze Zeit total besoffen gewesen wäre. Das hat nur für die Schokoladenfabrik gereicht. Und jetzt bricht so diese schmale Grenze, die er aufgebaut hatte, um irgendwie zu funktionieren, bricht jetzt ein. Eines Abends nimmt er eben einen jungen Mann nach Hause, der hieß Steven Thomi, er nimmt ihn aus einer Bar mit in das Ambassador Hotel. Und wie in einer Augenbrau-Hookie, klingt wie ein klasse Hotel. Ambassador Hotel, ist ganz sicher ein klasse Hotel, da bin ich mir, mich schüttelt schon, stell dir mal den Teppich vor. Aber es heißt nicht, dass es nicht ein Botschafter Hotel dann? Ja, aber es gibt es, glaube ich, in jedem Bahnhofsviertel gibt es einen Ambassador oder keine Ahnung, was gibt es noch, ein Continental gibt es auch, ein Continental. Es ist immer Schrott. Nie in so ein Hotel gehen, der Teppich wird nur von Sperma zusammengehalten. Die beiden sind also im Hotel, sie haben Sex. Jeffrey spricht da immer von Light Sex. Vielleicht ein Oralverkehr? Ich weiß nur, was er unter Hard Sex meint. Er selbst ist irgendwann so besoffen und weggeklatscht, dass er das Bewusstsein verliert. Und irgendwann wacht Dahmer auf, öffnet die Augen und bemerkt Schmerzen in seinen Unterarmen. Er stemmt sich hoch und schüttelt sich und guckt seine Hände an und sie sind voller Blut. Mit einem Mal ist er hellwach. Neben sich im Bett liegt Stevens Leiche. Der Kopf hängt vom Bett und der komplette Brustkorb ist eingeschlagen. Dahmer hatte ihn mit bloßen Händen kaputt gehauen. Alter Schwierig. Er hat komplett dissoziiert und erinnert sich an nichts. Dissoziiert muss man, glaube ich, erklären. Also, dass er quasi aus sich raus ist und quasi neben sich stehend, könnte man das vielleicht am besten übersetzen, dass man eigentlich mit der eigenen Person gar nichts mehr so zu tun hat. In seinem Fall ist es vor allem, dass er sich nicht erinnert, dass er es getan hat. Also, es besteht kein Zusammenhang zwischen ihm und dieser Erinnerung. Und das ist ein bisschen komisch, weil ich glaube ihm, weil er bei allen anderen Morden so komplett die Wahrheit sagt. Und nicht versucht, irgendwie sich gut hinzustellen oder so. Es wird jetzt schrecklich. Manche glauben aber auch, dass er diesen Mord, also manche Psychologen glauben sogar, dass er diesen Mord geblockt hat im Sinne von Trauma und dass es halt zu viel war für ihn selber. Weil, nochmal, der ist nicht wirklich... Gewissenlos. Ja. Und er ist somit halt eben versucht, seinen Verstand zu schützen. Da wäre ich mir auf der anderen Seite, ich persönlich wäre mir da nicht so sicher, weil er erinnert sich an eine ganze Menge kranker Scheiß. Was er jetzt macht, ist, er rennt zu einem Laden um die Ecke und kauft den größten Koffer, den er kriegen kann. Da packt er Steven rein, ruft sich ein Taxi und fährt mit dem Taxi und dem Koffer zu seiner Oma, in deren Keller er mittlerweile wohnt. Aber da muss er ja die Leiche auch wieder wirklich durchtrennt haben. Ja, den stopfst du schon. Du kriegst einen Menschen in den Koffer. Also du brauchst einen großen Koffer und einen schmalen Menschen ist gar kein Problem. Vor allem, wenn er tot ist, weil du dann ja liegen kannst, wie du das brauchst. Der Taxifahrer, und das weiß man mittlerweile, gibt es Zeugenaussagen, der Taxifahrer hilft ihm dabei, den Koffer in den Kofferraum zu wuchten und fragt Jeffrey, ey Mann, was haben sie da drin, eine Leiche? Und Jeffrey sagt, ja, ja, ein toten Kerl. Scheiße, sorry, dass ich lache, das ist ein paar Kerl. Alle lachen. Er lacht auch, der Taxifahrer lacht, ha ha, bro, außer Steven, der ist nämlich tot. Gut, die Leiche liegt dann eine Woche bei der Oma im Keller, weil Familienbesuch ist da und der Arma traut sich nicht, sie loszuwerden. Was er sich aber traut ist, Sex zu haben mit der Leiche. Also jeder unbewusst, irgendwie jeder unbeobachtete Moment verbringt er mit diesem verwesenden Körper. Und am Ende zerteilt er ihn und pulverisiert die Knochen mit einem Hammer. Und wieso bringt er den zu seiner Oma? Wo soll er ihn lassen? Im Hotel, der hat keine Wohnung, der wohnt bei seiner Oma. Achso, ich habe gedacht, der hat noch dieses Haus. Man hätte natürlich die Leiche auch sofort loswerden können, aber er will ja diesen Körper. Wollte ich gerade sagen, er will ja das Produkt. Das ist der erste Kopf, den er behält. Wir wissen auch, dass er, solange es ging, hat er immer Sex mit den Körperteilen, die er behält. Nach neun Jahren, ah, nicht nur sieben Jahre, neun Jahre waren es, stimmt, neun Jahre hat er es geschafft, ohne jemanden zu töten. War das der erste Mord. Und alles bricht mit diesem Mord zusammen. Die Gedanken, die er vorher kontrollieren konnte, auch wenn nur unter Alkoholeinfluss und so, die nehmen ab jetzt jede wache Minute seines Geistes ein. Der Alkohol hilft nun nicht mehr. Und es beginnt ein wahres Schlachtfest. Sein Modus Operandi ist immer der gleiche. Er bietet den Opfern 50 Dollar dafür an, Fotos mit ihm zu machen. Dann nimmt er sie mit nach Hause. Dort betäubt er sie mit Schlaftabletten und einer Menge Drinks. Dann vergewaltigt er sie. Und während sie betäubt sind... Noch lebend. Ja, also schlafend, betäubt. Während sie betäubt sind, legt er sich neben sie den Kopf auf ihre Brust und lauscht dem Herzschlag. Und wieso muss er die jetzt umbringen? Er hat ja eigentlich das so ein bisschen für sich auch in dieser Gaybar gelernt, dass das auch so geht. Du hast das vorher schon beantwortet. Weil er dieses auf dieses Sezieren steht. Du kannst... Dieses Aufschneiden. Du kannst eine Droge sehr schlecht mit einer anderen ersetzen. Du kannst deine Sucht sehr schlecht. Du kannst ein Craving... Hast du schon mal Hunger gehabt, so auf was Süßes und dir hat jemand einen Apfel gegeben und du so... Ja, halt. Ich schmeiße gleich den Apfel an den Kopf. So, Apfel ist was Leckeres. Apfel ist Hammer. Ich wünschte, ich hätte einen Apfel jetzt. Aber nicht, wenn du Schokolade willst. Auf allem Schokolade gerade bei diesen Typen. Erinnerst du dich, als Kind hat er das schon gemacht mit dem Herzschlag? Naja. Und jetzt bei mir als Erwachsener. Und sobald er an der Atmung gemerkt hat, dass die Leute langsam zu sich kommen, also anstatt der tiefen, gleichmäßigen Atemzüge der schlafmittelinduzierten Betäubung, atmen die Leute kürzer und heftiger. Also nicht mehr... Sondern... In dem Moment erwirkt er sie. Bevor sie aufwachen. Ab jetzt macht er allen möglichen Kranken Scheiß mit den Leichen. Er beginnt Fotos zu machen. Ich kann euch wirklich nicht empfehlen, diese Fotos anzusehen. Ich würde dir auch jetzt raten, das nicht zu googeln. Nee, mache ich nicht. Man findet die online, aber es ist wirklich nicht schön. Was er gemacht hat, war, er hat die Leichen in verschiedenen Positionen drapiert. So ein bisschen wie... Wie so eine Puppe. Wie extremes. Also extremes Yoga. Was? Und das geht noch? Also in der Leichenstarre irgendwann schon, aber... Das geht nicht lange. Das Problem ist ja, weißt du, sonst hätte er das einmal machen können und dann hätte er... Aber du musst schnell sein, wenn Leichen dein Ding sind. Die verändern sich. Die werden relativ schnell steif. Ich glaube, wir sprechen da so von zwischen acht Stunden oder sowas. Dann geht die Leichenstarre los. Dann wird das schon schwieriger. Und dann verwesen die. Sehr schnell. Diese Bilder, es sind Bilder von toten, nackten, schwarzen und asiatischen Männern. Also das war auch sein Type. Eben dieses... Ja. Er hat später gesagt, ich töte nur die Schönsten. Also er hat auch wirklich nur seinen Typ getötet. Für die Fotos hat er übrigens eine Polaroid benutzt. Die Kamera der Serienkiller und Perversen. Vielleicht kannst du erklären, was eine Polaroid ist irgendwie. Kennst du die doch? Ja klar, ich habe sogar eine. Ach, du hast eine. Ich liebe das. Da kommen die Fotos unten direkt raus. Guck mal, da steht sogar eine da. Ah ja, guck mal. Und dann schüttelt man und dann schüttelt man das Bild und dann hat man das Foto. Man soll das eigentlich nicht schütteln. Das ist so ein... Ja, ich weiß, es gibt auch diesen Outcast-Song. Ich wurde belohnt. Shake it like a Polaroid picture. Aber das ist eigentlich nicht so gut für die Bilder. Eigentlich soll man die am besten umgedreht mit der Seite, wo es sich entwickelt, auf den Tisch legen und dann warten, bis es soweit ist. Nicht so gut für Outcast ist vor allem, dass du ihr Lied jetzt mit dem Ding hier in Verbindung gebracht hast. André, verzeih mir. Da, das ist daher kam der Song. Jetzt weiß ich es. Jeffrey Dahmer. Als nächstes zerstückelte er die Leichen und versucht Knochen in Bleichmittel einzulegen. Knochen waren immer sein Ding. Was er auch gemacht hat, abgeschnittene Genitalien, konserviert. Also man, hier ein Gläschen, da ein Gläschen. Er hat die Köpfe bemalt. Er hat die Penisse angemalt. Und ja, ich rede im Plural. Bei seiner Verhaftung wurden in der Wohnung eine Art Altar gefunden. Im Kühlschrank ein abgetrennter Kopf, zwei in Plastiktüten verpackte menschliche Herzen, ein Stück Armmuskel. Und da kommen wir dazu. Er hat das Muskelfleisch gekocht, gebraten, teilweise gegessen. Er hat auch immer gesagt, es war ein Versuch, denjenigen noch näher bei mir zu behalten. Ich wollte, dass er noch näher bei mir ist und eben nie wieder gehen kann, sondern dass er zu mir wird. Gehört. Weil ein Teil von dir wird, okay. In der Gefrierturie entdeckten sie drei weitere Köpfe. Jetzt kann man hier wirklich... Aber wieso hat er die angemalt? Die toten Schädel hat er angemalt, weil er sie draußen stehen hatte lassen, einfach in der Wohnung. Auf diesem Altar entdeckte man sieben Totenschädel. Auf dem Altar. Der hat die abgekocht. Ach so, ach jetzt verstehe ich. Der hat den Kopf, solange er konnte... Das Skelett vom Kopf. Solange er konnte, hat er das benutzt, danach gekocht, also runtergekochtes Fleisch, den toten Kopf angemalt und dann tatsächlich stehen lassen. Und er hatte ja immer Besuch. Und dann, damit die Leute nicht sofort sehen, er sieht ja ganz schön echt aus, hat er die weiß angemalt oder grau oder schwarz, damit die eben... Wie so Kunst oder wie so Mitbringsel. Wie mitbringsel ausschauen. Zwei vollständige Skelette, rechts und links stehen vom Altar. Abgetrennte Hände. Das heißt, er hat die auch noch so richtig... Man muss das ja auch irgendwie... Ja, das war sein Ding. Hast du ja gesagt, er ist gut im Ausstöpfen. Und einmal, und das ist der Beginn eines der seltsamsten Zufälle in der True Crime History, lässt er einen Teenager aus Laos, den er vor einer Highschool abgefangen hat. Und das ist mit das Schlimmste an Damer, dass er... Die Opfer waren teilweise erst 14 Jahre alt. Und er hat immer gesagt, ey, ich dachte, die sind 18. Und da lügt er. Weil wenn du jemanden aus einer Highschool holst, dann weißt du, dass der nicht 18 ist. Und er hat diesen Jungen überredet, mit ihm nach Hause zu kommen, dasselbe. Muss da wieder irgendwie machen Bilder. Hat ihn auch dazu gebracht, Bilder zu machen. Hat ihm Schlaftabletten gegeben. Hat ihn überredet, sich auszuziehen. Hat ihn ein bisschen mit seinem Penis gespielt. Hat man dann später gesagt, wir wissen nicht genau was. Also keine Vergewaltigung. Und er hat diesen Jungen zum Beispiel gehen lassen. Hat ihn an der Bushaltestelle abgesetzt. Der schafft es nach Hause, aber die Eltern bemerken, dass er komplett durch ist. Und bringen ihn ins Krankenhaus. Dort kommt raus, dass er halb vergiftet und irgendwie die Unterwäsche verkehrt rum anhat und so. Und er weiß, wer ihn abgeholt hatte von der Highschool. Und die Cops fahren direkt zur Schokoladenfabrik und verhaften Jeffrey Dahmer. Nach sechs Tagen Urheft lässt man ihn wieder gehen. Und das ist so, das macht mich so wahnsinnig. Und jetzt wirklich, das wird noch viel schlimmer jetzt. Weil weißt du, seine verdammte Bewährungshilferin unterließ es, die vorgeschriebenen Wohnungsbesichtigungen zu machen. Meine Bewährungshilferin war bei mir zu Hause. Nicht jeden Monat, nicht jeden Ding, aber mindestens einmal gucken, wie lebst du denn. Hat sie nicht gemacht. Hätte sie das gemacht, hätte sie ein... Todesalltag gefunden. Genau. Über ein Jahr lang ist sie nicht hin, aus Zeitmangel und kein Bock. In dem Zeitraum hat er zwölf Menschen in diesem Apartment getötet. Weiß man denn, warum der Köpfe und Penisse aufgehoben hat? Also Penisse ist ja noch irgendwie... Alles, was du dir vorstellst. Okay, es gab gar keine so krasse Präferenz. Alles, was du... Also vorn ist sein Taschenpenis, den er mitnimmt, zum zwischendrin rausnehmen, zum Köpfe noch Oralverkehr irgendwie haben mit einem abgeschlagenen Kopf. Alles. Und weiß man, wann der das erste Mal, weil du hast es so nebenbei erwähnt, das erste Mal angefangen hat, das auch dann zu essen? Weil das ist ja dann nochmal ein krasser Schritt. Ich glaube, es war sieben oder acht. War es sieben oder acht? Mord, sieben oder acht. Ach so. Die einzelnen Morde, alle aufzuziehen, würde auch zu lange dauern. Ich meine, es ist eh schon die längste unserer Folge. Ich will jetzt nur einen Fall noch schildern, weil es das Schlimmste ist, was ich je gehört habe. Die letzte Warnung, weil jetzt wird es richtig verrückt. Jetzt? Es ist schon die ganze Zeit super verrückt. Wir reden über Menschenessen. Okay, nein, 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 ich meine jetzt. Okay, bis jetzt war ja alles noch soft. Die abgejagten Köpfe, die Digitalien, der Kannibalismus. Es war alles soft, okay. Da könnte man noch sagen, Jeffrey, schalt doch mal einen Gang runter. Jeffrey, ich finde, du solltest über das nachdenken. Jeffrey? Du hast eine sehr seltsame Art, über diese krasse Sache zu reden. Okay, vielleicht müssen wir sagen, Jeffrey, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Du bist einfach arschkrank. Geh irgendwie in eine Psychiatrie, lass dich einweisen und... Vorbei, vorbei. Jeffrey ist nicht mehr zu helfen. Okay, wir müssen nochmal kurz erklären. Ich habe es gesagt, Jeffrey Dahmer, Produktkiller. Ihn interessiert der Prozess des Tötens nicht. Im Gegenteil, er verabscheut das Töten. Er schafft es sogar nur, wenn er komplett besoffen ist und so. Aber er will eben unbedingt diese süßen Körper. Und um da ranzukommen, ist er bereit, einiges zu tun. Zu seinem Leidwesen verwesen tote Menschen recht schnell. Und das ganze Konservieren, was er probiert hat, das läuft so mäßig. Klappt also nicht wirklich gut. Ich muss die ganze Zeit an so eine Real Doll denken. Sowas wäre doch eigentlich dann sein Ding. Ey, ich schwöre es dir, ich habe so viel darüber nachgedacht. Es gibt wirklich auch viele, die darüber nachdenken. Es gibt forensische Psychiater und so weiter, die darüber nachdenken. Man weiß es nicht. Pass auf, und das ist eine gruselige Geschichte, die ich bei der Recherche genau zu dieser Frage gefunden habe. Real Doll Unternehmer beklagen, in welchem Zustand Real Dolls zurückgeschickt werden, wenn sie zurückgegeben werden. Wieso kann man die leihen oder was? Nee, aber weil Leute sagen halt, ja, ich will sie doch nicht. Blablabla, umtauschen, whatever. Ach so. Immer Bäuche aufgeschnitten. Immer schlimmste Verstümmelungen, ja. Krass. Und stell dir Jeffrey Dahmer vor. Das würde nämlich funktionieren auf den ersten Blick. Aber dann macht das auf und dann so, hey. Hey, da ist gar nichts drin. Was ist das? Überleg dir mal, ey, das muss der schlimmste Job sein auf der Welt. So irgendwie in der Rückannahmestelle, irgendwie in der Reklamationsstelle von einer Real Doll Fabrik zu arbeiten. So, ah. Komm. Ah, Gott. Ich auch, ich hab, als ich das gehört hab, so und alles abgeschnitten, halt Brüste abgeschnitten, aufgeschnitten. Das waren mir nicht bewusst. Natürlich. Du hast gefragt, sorry. Die Trigger waren und gilt, Leute. Weil was er jetzt macht. Okay, brace yourself. Ich hab gar nicht mehr viel über, was man jetzt noch... Brace yourself. Brace yourself. Was er also bei einem seiner Opfer insgesamt leider sogar bei vier Leuten macht, ist, er nimmt einen Handbohrer, einen Handbohrer und bohrt den Leuten Löcher in den Kopf, während sie betäubt und gefesselt, aber am Leben sind. Danach gießt er Batteriesäure in die Löcher. Er lobotomiert sie praktisch. Der gute Jeffrey versucht, Sex-Zombies zu machen. Aber was verspricht er sich davon? Dass du nicht verwehst, weil du lebst. Aber sozusagen gehirntot. So sieht's aus. Der Erste, bei dem er das macht, wacht irgendwann auf und sagt, ich hab große Kopfschmerzen. Wie viel Uhr ist es? Und fällt dann wieder in Ohnmacht. Der Typ überlebt weitere 24 Stunden. Beim nächsten Opfer, Conorak. Conorak ist... Der hat aber nicht überlebt trotzdem. Niemand überlebt es. Du hast ein Loch im Kopf gebohrt mit einem Handbohrer und dann gießt jemand Batteriesäure rein. Du bist tot. Beim nächsten Opfer, Conorak, wiederholt er diese Prozedur. Anstatt jedoch Batteriesäure zu benutzen, gießt er diesmal kochendes Wasser in den Schädel, weil, ne, der andere ist zu schnell gestorben. Und ich hab Junge gesagt, so irgendwie, weißt du, Conorak ist damals 14 Jahre alt und jetzt kommt dieser riesen, riesen Zufall. Er ist der Bruder des anderen asiatischen Jungens, wegen dessen Missbrauch Dame ein Jahr zuvor in Urhaft saß und gerade eben auf Bewährung ist. Der Junge, der damals in Common war, dessen Bruder sitzt jetzt da mit einem in sein Schädel gebohrten Loch. Jeffrey gießt heißes Wasser hinein, doch Conorak kommt nicht wieder zu Bewusstsein. Und da gerade das Bier alle ist, beschließt damals zum Laden zu gehen. Ich mein, das ganze Bohren und Betäuben macht Durst. Und er holt sich... Naja, oder er will sich halt richtig noch weiter abschießen, weil es nicht geklappt hat. Bier war alle. Es gibt viele Gründe, warum Männer Bier holen gehen. Nee, ich mein eher um sich geistig zu betäuben, weil das für ihn so schrecklich auch irgendwie ist. Dass er das machen muss, kann ja auch sein. Wollen wir es hoffen. Aber auch nach der harten Arbeit, weißt du, alles bohren und später musst du sägen. Ich mein, übrigens eine seiner Nachbarn hat gesagt, man hat öfter mal eine Kettensäge im Apartment 2, 1, 3 gehört. Das wollte ich eigentlich auch noch fragen, wie er die denn überhaupt klein bekommen hat. Bei der Koffersache. Er war kreativ. Eine Kettensäge. Überleg mal, Alter. Stell dir mal vor. Und es war, er hat im Ghetto gewohnt. Also es war richtig Ghetto, Ghetto, Ghetto. Die sagen auch, wirklich die Ärmsten der Armen haben dort gewohnt. Super Brennpunkt. Er war so der einzige Weiße im ganzen Block. Und jetzt stell dir mal vor, irgendwie, du bist so... Und dann hast du wieder die Kettensäge von deinem weißen Nachbarn irgendwie so... White people. Der Nachbarn meint irgendwie, er dachte, der Dame wäre Heimwerker und so. Jetzt pass auf. Als Dame draußen ist und sich den Sixpack holt, wacht Conorak auf. Ein 14-jähriger Junge. Er ist komplett durch. Aber irgendwas in ihm funktioniert noch. Eine Urangst. Etwas sagt ihm, dass er aus der Wohnung raus muss. Und er schafft es. Brabbelnd und sabbernd und nackt stolpert er die Treppen hinunter. Raus auf die Straße. Und in dem Moment kommt er zurück. Trotz der schweren Hirnverletzung und der Vergewaltigung schafft er es, die Straße runterzulaufen. Weg von diesem Haus. Weg. Nur weg. Es ist 2 Uhr nachts. Und ein paar Ladies finden ihn. Die rufen umgehend die Cops. Wie gesagt, Ghetto, 2 Uhr nachts. Ladies auf der Straße. Ich will nicht schlecht über die Zeugen. Was heißt schlecht? Ich will nicht über die Zeugen irgendwas implizieren, aber... Du meinst, es waren Prostituierte? Ich glaube, zumindest waren es Ladies, die 2 Uhr nachts auf der Straße im Ghetto rumhängen. Aber sie rufen Gott sei Dank die Cops. Vielleicht waren die auch im Club. Glück gehabt, oder? Ja, total, aber ich weiß jetzt nicht, für ihn, der war ja trotzdem wahrscheinlich... Conorak kann nicht sagen, was passiert ist. Die Bullen sind auf dem Weg, die werden es jetzt schon klären. Nochmal an der Stelle, er ist im Ghetto. Und jetzt, übrigens die Frauen sind alle schwarz, Conorak ist Asiate. Und als jetzt die 2 fetten weißen Bullen, Joe Gabrisch und John Balthorak, auftauchen, haben sie überhaupt keinen Bock, sich um den Fall zu kümmern. Weil, ich meine, der Junge blutet aus dem Rektum und aus dem Kopf und er leilt unverständliches Zeug. Aber irgendwie, es gefällt ihnen nicht, um die Zeit in der Gegend zu sein. Und genau in diesem Moment... Und sind alle nicht weiß, ne? Um die muss man sich nicht kümmern. Das ist eh, ne? Und genau in diesem Moment kommt Dharma vom Bierholen zurück. Und jetzt gewinnt er. Anstatt loszurennen, seine Wohnung anzuzünden und sich nach Mexiko abzusetzen, geht er zu den Cops. Und sagt, hey, das ist mein Boyfriend, der hat zu viel getrunken, wir waren auf einer Party, wir machen bei mir in der Wohnung weiter. Aber immer wenn er zu viel getrunken hat, bringt er solche Dinge. Conorak kann nichts sagen, weil kurz zuvor sein Frontalkortex mit heißem Wasser gekocht worden war. Und obwohl die Frauen schreien, dass dieser Junge niemals volljährig ist, bleibt Dharma cool. Er sagt, Conorak ist 19 Jahre alt und der war schon immer so drauf. Die Beamten jagen die Frauen weg, zuallererst. Und jetzt gehen sie zusammen mit Dharma in seine Wohnung. Dort riecht es nach verwesenden Leichen und Kot, weil Dharma jede Woche zwei Leute rumbringt, so auf die Art, und erwürgt. Und wenn du jemanden erwürgst, entleert sich das ein Darm. Also die Wohnung muss gestunken haben. Außerdem liegen da noch Leichen. Dharma bleibt trotzdem cool. Der Kopf fragt, was stinkt denn hier so? Und er sagt, ja, ich hatte einen Aquariumunfall, meine ganzen exotischen Fische sind verreckt. Jetzt zeigt er den Polizisten die Fotos, die er und Conorak vorher gemacht haben. Auf den Fotos lächelt der Junge und posiert. Die Klamotten von ihm liegen ordentlich zusammengefaltet auf einem Stuhl. Die Bullen machen die ganze Zeit Witze, die finden es zum Todlachen. Diese Schwulen, was die so machen. Conorak ist die ganze Zeit am Brabbeln und Blubbern. Im Schlafzimmer liegt übrigens die vergammelte Leiche von Damas letzten Opfer. Die ganze Wohnung ist ein einziges Beweismittel gegen den Serienkiller. Und weißt du was? Die lassen den da. Die beiden Cops ignorieren das komplett und lassen den 14-jährigen Jungen dort. Ist das schlimm. Kaum sind sie zur Tür raus, gießt er noch ein wenig Säure in sein Gehirn. Am längsten von den Sex-Zombies hat einer vier Tage überlebt nach dem Eingriff. So, ich hab euch versprochen, dass, wenn ihr den Fall nicht kanntet, euer Leben danach nie wieder dasselbe ist. Bitte sehr. Übrigens, es gibt ein Transkript von Gabrisch und Belsurekt in zwei Bullen, als sie wieder in ihrem verkackten Auto sitzen und die melden der Zentrale, dass alles okay ist. Der berauschte asiatische Mann wurde in die Obhut seines nüchternen Boyfriends gegeben. Wir brauchen aber noch eine Minute, weil mein Partner, der muss erstmal entlaust werden. Die Cops wurden später beurlaubt und dann gefeuert. Beide behaupten bis heute, dass sie nicht mehr hätten tun können. Und ich hasse die zwei so sehr. Und jetzt weißt du, warum ich gesagt habe, dass dieses Gay dazu kommt. Die wollten damit nichts zu tun haben. Die haben einen nackten Jungen, der aus dem Arsch blutet und die wollen damit nichts zu tun haben. Die wollen das so schnell wie möglich loswerden. Weg. Pass auf, paar Tage später ruft eine der Frauen dort an, weil sie Conorak auf einem vermissten Plakat sieht. Wieder kümmern sich die zwei Bullen nicht drum. Sein letztes Opfer ist ein Typ namens Edwards. Dem hat er auch sogar schon die Handschellen angelegt. Hat aber leider, oder leider, hat keine Schlaftabletten mehr. Und er versucht den Typen unter den Tisch zu trinken. Edwards ist aber ein gestellter Trinker und geht nicht zu Boden so. Und in dem unbeobachteten Moment flieht er. Hat die Handschellen schon drauf. Der merkt, dass es super, super weird ist. Damals hat er auch immer mehrere Schlösser an der Tür. Und lauter so ist, ey, du merkst das eigentlich. Hallo, da steht ein Altar mit Köpfen und so. Und der Typ lässt den Exorzist 3 auf Dauerschleife laufen und so. Und ist irre. Und in dem unbeobachteten Moment kann er fliehen. Er rennt jetzt ohne Oberteil mit Handschellen die Straße entlang, bis er auf eine Polizeistreife trifft. Und endlich kommen die Cops nochmal ins Apartment. Weißt du, was sie wollen? Nee. Den Schlüssel für die Handschellen. Mehr nicht. Eigentlich, weil Edwards sagt, ich will keine Anklage machen. Weißt du, ich will hiermit nichts zu tun haben. Hätten sie, hätte da mal die Schlüssel gefunden, wäre er wieder davon gekommen. Aber er findet die Schlüssel nicht in dem Chaos. Und einer der Cops läuft so ein bisschen rum und bemerkt irgendwie rumliegende Fotos, blättert sie durch. Und erst sind so normale, sexy Fotos von Jungs und in Posen. Und dann blättert er durch. Und auch noch ein sexy Foto. Und plötzlich sieht er ein Foto von einem Torso ohne Kopf. Nächstes Foto, aufgeschlitzter Torso. Und dann blickt er es nach oben. Und ich stelle mir das so krass vor, der Cops, er schaut vom Foto nach oben und er bemerkt, dass die Fotos in diesem Raum geschossen sind. Er steht im Studio. Und in dem Moment schreit er nur noch, leg ihm Handschellen an. Und dann gibt es einen kurzen Kampf. Und sie haben einen der gefährlichsten Mörder aller Zeiten gefasst. Noch in der Nacht legt da mal ein umfassendes Geständnis ab. Und die Cops, die ihnen halt zuhören und aufschreiben, diese 200 Seiten, können kaum glauben, was sie hören. Und das ist immer so, der auch, der das Verhörgeleitet hat, hat dann immer so gesagt, ja, ich habe mir am Anfang gedacht, ja, jetzt will sich einer aufspielen. Aber dann kam halt aus der Wohnung von der Spurensicherung immer mehr Anrufe und so. Okay, ja, okay, wir haben nochmal drei Penisse gefunden und so. Und Leichenteile gekocht, gegessen. Übrigens auch diese Aussage, die er dann immer gemacht hat, dieses, ich habe nur die Schönsten getötet. Das ist voll der Diss an alle, die überlebt haben, mal so abgesehen davon und so. Hat er irgendwie mal gesagt, ja, warum hat er ja schon gesagt, aber noch mehr irgendwie das, ich finde das einfach so weird, dass man das isst und sich dann auch noch so brät. Er wollte, dass die Opfer näher bei ihm sind. Er hat auch später so, wenn er irgendwas versaut hat, also er hat sich dann auch immer krank gemeldet in der Arbeit und so, wenn er jemand getötet hatte, dass er diese zwei, drei Tage hat mit der frischen Leiche. Hat irgendwann mein Psychologe oder Psychiater oder whoever irgendwie mal gesagt, ob das ein Kannibalismus auch eine Art von Krankheit ist oder also ist das dann einfach so diese falsche Verknüpfung plus diese Einsamkeit und dass man bei dem näher noch sein will? Also im Fall Dahmer weiß ich es jetzt nicht, im Rotenburger Fall ging es ja noch viel mehr nur ums Essen. Das hat ganz viele Komponenten. Bei Dahmer war es tatsächlich so ein bisschen, er hat auch selber gesagt, ich wollte nichts verschwenden mehr. Ich wollte nichts verschwenden und er hat auch irgendwie, wenn er dann mal ein Teil falsch zubereitet hat, also gekocht, präpariert oder irgendwie was kaputt gemacht hat, hat er sich schlecht gefühlt. Ich wollte nicht, dass die umsonst sterben sollen. Es ist total krank. Beim PCLR kommt er übrigens nur auf 22 Punkte. Ist kein Psychopath im klassischen Sinne. Was ich auch super gruselig finde, gibt es immer das eines der Opfer dann im Prozess, weil jetzt sind wir im Prozess, das kürzen wir jetzt aber ab, weil die Folge schon so lang ist. Gibt es ganz viele Aufnahmen. Der ganze Prozess ist video dokumentiert. Das kann man alles sehen. Einer der Opfer hat dann so gesagt, dass Dahmer komisch war, aber er sah gut genug aus für ein Date und war cool genug für ein Date und so und dann aber, er hat ihm nie in die Augen geschaut und erst bei ihm zu Hause, als er dann einen Drink von ihm bekommen hat und er so diesen Drink trinkt, schaut er hoch und plötzlich schaut er ihm in die Augen. Dahmer ihm, also Dahmer hat immer keinem in die Augen geschaut. Und davor hat er ihm den ganzen Abend nicht einmal in die Augen geschaut, aber plötzlich starrt er mich an und ich denke mir auf, was wartet denn der Typ und plötzlich wird mir schwummerig. Oh Gott. Und der Junge ist im Krankenhaus aufgewacht, hat dort bemerkt, dass er seine Unterwäsche verkehrt rumträgt. Die Verhandlung selbst geht recht easy, der ganze Prozess wird ausgestrahlt im Fernsehen. Es ging eigentlich nur noch um die Frage, schuldunfähig, also unzurechnungsfähig oder eben nicht. Mit der Begründung, dass er diese neun Jahre Pause hatte, mit der Begründung, dass er die Sex-Zombies machen wollte, wurde so dann weg von diesem, dass er halt nicht wusste, was er tat. Ist auch geplant. Ist geplant und er hat sich jetzt auch nicht wirklich gewehrt gegen gar nichts. Also im Februar 1992 wird das Urteil gesprochen und er bekommt 15 Mal lebenslänglich plus 10 Jahre für jeden einzelnen Mord. Also Ende, Ende, Ende. Beginnt auch jetzt diese Interviews, was ich auch interessant finde, einfach so. Und er sieht bei diesen Interviews, wenn du die hörst, wenn du den siehst, das ist nicht, der ist so normal. Der ist einfach nur traurig. Und er so dann so, auch selber dann so irgendwie so dieses, ja und dann, dann habe ich ihn gegessen. So weißt du, dieses so, weil er wahrscheinlich, ich denke mal, der wurde dann auch medikamentärs eingestellt so und hat dann diese Distanz wieder eher so, verdammt, ich weiß, das hätte ich nicht tun sollen halt. Aber ist da noch so auszuschlachten, ist ja auch vielleicht wieder so ein Aufmerksamkeit. Ja klar, aber die Währung ist ja Aufmerksamkeit. Sein Leben ist vorbei. Damer war bereit, für seine Taten zu sterben. Das sagt er immer wieder auch zu seinen eigenen Eltern in Briefen und so und es ist ganz klar, dass ein weißer Typ, der 15 Latinos und Schwarze umgebracht hat, im US-Knast nicht sicher ist. Ja, ich finde halt nur krass, dass er sich ja total anzusaufen muss, um die Taten zu bestehen oder zu machen, aber er kann dann plötzlich darüber reden. Wie gesagt, medikamentös eingestellt. Das ist ja das Traurige, hättest du ihn früh genug getroffen, früh genug medikamentös eingestellt, früh genug separiert, früh genug... Ich hätte trotzdem gedacht, dass sein schlechtes Gewissen so groß ist, dass er dann nicht mehr darüber reden möchte. Erst recht nicht. Ich weiß nicht, aber wirklich... 22 ist jetzt nicht Psychopath, aber das heißt jetzt auch nicht, dass er unbedingt wirklich darunter leidet. Also irgendein Ding zu laufen, hat er ja ganz klar. Nach der Vorurteilung hat er dann das erste Jahr in Isolationshaft verbracht, weil die Behörden einfach wussten, ey, wenn wir den rauslassen in die General Population, also in den Normalvorzug, die töten den. Dann gab es auch einen Vorfall, dass er beim Verlassen des Gottesdienstes, er ist dann auch natürlich zur Religion gefunden, wie sie es gerne tun, hat ihn dann ein Gefangener namens Oswaldo Derrithi beinahe den Hals aufgeschnitten, zu ihm vorbeigehen, hat ihn mit einer Rasierklinge erwischt und danach hat Dahmer dann tatsächlich nach der Verlegung in den Normalvorzug gefragt und darum gebeten. Und das spricht so, ich bin mir nicht sicher, er musste gewusst haben, dass es nicht sicher ist. Dass er umgebracht wird. Auf der anderen Seite musst du auch wissen, dass es nicht klug ist, zwölf Leichen in einer Zweizimmerwohnung zu haben. Also Rationalität, so fällt mir schwer. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ist natürlich dann anders, wenn er eingestellt ist, medikamentös. Irgendwie will ich auch glauben, dass er so schockiert von sich selber war, dass er sich eben in diese tödliche Situation rein manövriert hat dann. Auf der anderen Seite darfst du diesem Bastard einfach nie was glauben. Das ist so ein bisschen, was für die Suizid- durch Ermordung-Theorie spricht, also dass er das auch darauf angelegt hat, ist, dass sein späterer Mörder Christopher Scarver, denn jetzt sind wir am Ende, behauptet hat, dass Dahmer ihn und die anderen Gefangenen immer geärgert hätte, indem er zum Beispiel so Sachen gemacht hat, wie das Essen so in der Form von Gliedmaßen hingelegt hat und dann Ketchup draufgesprüht hat oder so Zettel rumgeschmissen hat, wie anonyme Kannibalen treffen. Wenn das stimmt, dann wollte er sich umbringen. Wir haben gehört, wie es ausgegangen ist. Seine Mom hat, als sie von seinem Tod erfahren hat, sehr treffend gesagt. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Jetzt habt ihr alle, was ihr wolltet. Ja. Interessant für mich noch irgendwie, Scarver hat ihn mit einer Eisenstange den Schädel eingeschlagen, genau wie Dahmer seinem ersten Opfer damals. Karma? Weiß nicht. Und zum Schluss, weil du jetzt so tapfer warst und du hast wirklich nicht viel geredet in der Folge, du bist aber ein bisschen grün. Du bist jetzt ein bisschen grün. Jetzt geh mal essen. Du solltest mir immer was Süßes mitbringen, dass ich es geschafft habe, so was Nettes am Ende. Ihr kriegt alle eine Medaille, wenn ihr das hier durchgeschafft habt. Ihr kriegt alle den Cookie of Courage, also den Keks des Mutes. Die Deutsche Bahn hat mir einen Keks geschenkt heute für die verdammten Bahnsteig. Super lecker. Den kannst du haben. Die sind echt lecker. Das ist ein außergewöhnlich guter Keks. Ich verspreche es dir. Ich würde dir niemals einen schlechten Keks geben. Du musst jetzt nicht krammen. Erzähl weiter kurz. Ach, eine Sache habe ich noch zum Abschluss. Erinnerst du dich an die beiden Super-Cops? Ja, die werden irgendwann gefeuert worden. Die haben dann Widerspruch eingelegt, wurden wieder eingestellt und später bekam einer der beiden und das ist wirklich so, den Titel Officer of the Year verliehen. Und jetzt können wir alle kotzen gehen. Ich bin fertig für heute. Wow. Okay, das ist echt nochmal ein hartes Ende. Jeffrey Dummer, ein Typ, der hinter Gittern ermordet wurde. Mord im Gefängnis. Darüber reden wir. Mord im Knast. Ich habe euch gesagt, die Geschichten werden heftig. Es ist halt interessant, dass man da irgendwie dann dieses Gefühl hat, naja, das ist jetzt in Anführungsstrichen, sorry, dass ich sage, nicht so schlimm. Du, ich habe am Anfang extra, man hat gemerkt, wie es geschifftet ist, von der einsamste Junge überhaupt, Mensch, der arme Junge hinzu. Okay, es ist kein Verlust so. Ich glaube, selbst wenn wir mitgeleitet haben mit Dame, was wir haben können auf eine gewisse Art, weil das sucht sich niemand aus. Dass du mit vier schon Knochen toll findest, dass du mit acht zermatschte Roadkill irgendwie gut findest, dass du eine Erektion kriegst, wenn du an ein seziertes Schwein denkst, das hat er sich nicht ausgesucht. Das ist eine psychische Krankheit. Aber er hat sich auch keine Hilfe gesucht. Er hat sich keine Hilfe gesucht. Psychische Krankheiten sind nicht seine Schuld, aber seine Verantwortung. Er hätte diese Grenze. Solange es seine Fantasien ist, hat er mein volles Mitleid. Solange er diesen Weg, diese Problematik hat, hat er mein volles Mitgefühl. In dem Moment, wo er seine Hand an einen anderen Menschen legt, kriegt er von mir leider kein Mitleid mehr. Lass uns noch auf nächste Woche schauen. Auf die nächste Folge. Die Stimme zittert ein bisschen. Oh Gott, das war jetzt schon heftig. Das war alles, also Leute, okay. Ich finde das mit diesem Kopfbohr mit der Lobotomie echt schrecklich. Ich weiß, es ist das Schlimmste, weil er war ja noch so da, dass er es geschafft hat, einen Türgriff zu finden, dass er es geschafft hat, Stockwerke runterzulaufen, dass er es die Straße runtergeschafft hat, dass er gemacht hat, um zu sagen, bitte lasst mich nicht bei diesem Typen. Aber er konnte es nicht formulieren. Und sie haben ihn dort gelassen. Und einer davon ist Officer of the Year geworden. Ein Rassist, der dämlich ist. Also ganz ehrlich, egal ob der Rassist ist oder nicht, du bist in einer Wohnung, in der eine Leiche ist. Das ist der Geruch, jeder Mord, okay, er ist kein Mordermittler, er ist ein Streifenbulle, aber jeder sollte wissen, dieser Geruch heißt Body, Körper, Körper, hier ist was, hier ist eine Leiche. Und wenn es nur die Leiche von einem Meerschweinchen ist, wir müssen es sehen. Die wollen wahrscheinlich so schnell wie möglich da wieder weg gucken. Aber das geht nicht. Das ist dein Job. Ich hasse diese zwei. Echt. Und auch dann danach, dass dann keiner weiß, dass du dann danach nicht irgendwann mal sagst, fuck, wir haben Scheiße gemacht. Ja, aber auch die Bewährungshelferin. Die Bewährungshelferin, Mann. Es gab Gutachter, er ist, während er eine Leiche zu Hause in der Badewanne hatte, ist er zu einem Psychologentermin gegangen, wegen diesem Missbrauch des Jungen. So hat dort gesagt, ja, ja, nee, mir geht es besser, es ist besser, es ist besser, ich habe es nur ein bisschen eilig. Der hat aufgehört zu duschen am Schluss, weil in der Badewanne Leichen lagen in Eis und er konnte nicht mehr duschen dort, nur noch kalt. Und wieso hat er die nicht dann irgendwie... Zu viel, Mann, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Wahnsinn. Er hat irgendwann, sein Zeitmanagement war nicht mehr gut. Okay, jetzt sind wir raus, Leute, wir können da ewig weiterreden. Jeffrey Dahmer. Nächste Woche geht es auch um einen Serienkiller, der hat auch so ein bisschen Überschneidungen mit Jeffrey Dahmer, allerdings war ja, so haben wir es ja heute so ein bisschen auch rausgehört, Jeffrey, recht, eigentlich recht unglücklich damit, dass er das am Ende, dass er die Leute umgebracht hat und der nächste Typ, um den es dann geht, das weiß ich schon, das hast du mir verraten, der sagt über sich selber, er ist der gemeinste Mann des Planeten, also meanest man on earth, also der zelebriert es, glaube ich, dass er dieses Böse in sich hat. André haben übrigens gesagt, er ist eine One-Man-Army. Wow. Also freut euch auf die nächste Folge. Es war relativ schön mit dir, Max. Geht tatsächlich als Schlusswort. Wenn es gerade bei euch schrecklich ist, dann haben wir gerade gehört, okay, schreckliche Dinge passieren. Wenn es gerade bei euch schön ist, genießt es. Lasst uns alle am Leben sein, zelebrieren. Macht irgendwas, was ihr gerne macht. Essen Eis, geht raus, streichelt euren Hund, whatever, tut irgendwas, was euch gut tut. Das machen wir nämlich jetzt auch. Wir gehen jetzt raus in die Sonne. Yay. Also. Sehr schön mit dir, Max. Mit dir war es wunderschön. Bis nächste Woche. Das war Pollux. Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamid. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen.eV. Pollux. Morde im Knast. Ein Podcast von Podimo. Produziert von Auf die Ohren.